Hallo meine Süßen! Hallo! Ja, ich habe heute sogar zwei Gäste. Also wir haben heute die Musik-Mail-Challenge vor. Genau, also die kennt ihr bestimmt. Und die Janine fängt jetzt zum Beispiel an. Die nimmt sich einen Löffel Mail in den Mund, macht ein Lied an und hört es über Kopfhörer. Und Jude und ich müssen dann raten, was das für ein Lied ist. Wenn wir den Titel gleichzeitig erraten, kriegen wir beide einen Punkt. Also so gesagt, der, der als erstes errät, bekommt einen Punkt. Und dann geht es so gesagt zu mir weiter und dann zu Jude. Und dann machen wir das dann, glaube ich, drei- oder fünfmal. Kommt drauf an, wie eklig es ist. Ja, und der, der dann verliert, also zwei Stück verlieren dann ja wahrscheinlich, dann überlegen wir uns irgendwas Ekliges oder Lustiges oder so. Ich will nicht. So viel? Ich glaube, das muss aber noch ein bisschen mehr sein, oder? Ein bisschen mehr? Ich nehme jetzt einfach mal das Ding in den Mund, das wurscht. Also ihr könnt übrigens mitraten, ne? Also ratet ruhig, bitte. Also ratet ruhig, bitte. Ich weiß nicht, wie es lebt, wenn ich euch höre. Ja, also jetzt bin ich dran und ich habe voll Angst. Ich habe so Angst. So schlimm ist es nicht. Eigentlich so viel, oder? Kannst du dich hasst? So, jetzt kommen wir zum dritten. Ihr seht erst mal da. Jetzt darf ich. Ich hab noch. Also Yula hat bisher zwei Punkte, ich einen. Los geht's mit Ratten. Hände zu. Hände zu. Gettin' Over von Dolby Getter. Oh man! Ähm, Leona Lewis. Green Love. Das war voll gleichzeitig, oder? Irgendwie was sagst du dazu? Nein, leider nicht. Okay. Also drei Punkte sind zwei. Scheiße. Du hast gesagt mehr. This is the part of me von Katy Perry. Trink mal was. Trink mal was. Trink mal was. Ich glaub das ist auch gar nicht so super, wenn man das macht. Ich glaub das ist so gefährlich. Ich hab damit gar nicht so... One direction. Welches Lied? One thing. Jetzt hab ich immer Augenbogen. Zumindest mal Direction. Ich brauch grad so abstrafen, wenn's so viel ist. Genau. Wir benutzen eigentlich nur eins, was hast du denn? Demi Levado. La 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 la. Ja aber jetzt müssen wir noch ne Runde machen. Ich war so kurz davor zu kotzen. Wirklich? Wirklich? Dann mach halt weniger rein. Das hatte damit nichts zu tun. Ich atme es trotzdem irgendwie ständig ein und verschluck mich dann. Ich hab immer noch das Gefühl, ich hatte volle Mehl im Hals. Das hört mir schon von einer der Stimme. Das hört mir schon von einer der Stimme. Ja. Oder? Obwohl ich das am Anfang so schlimm fand eigentlich total lustig finde. Ich fand's gar nicht schlimm. Aber ich mein, es bringt ja nichts, wenn dann eine nicht mehr hat. Ja klar, und eine dann vorher kotzen muss. Ja gut, dann ist der Punktestand halt. Ja, ich glaub du hattest vier Punkte. Denise hatte drei, weil einmal hast du mehr Punkte als die Denise. Ja, ich glaub, da hat Jude gewonnen. Jude hat gewonnen. So, was müssen wir jetzt machen. Wie gut, dass wir noch mal eine Runde machen. Also, jetzt nicht, dass wir es dann rausschneiden. Wie, dass wir es jetzt rausschneiden? Sie würde es einfach nur so noch mal machen. Mächt's jetzt? Ich find's auch nichts. Ich könnte jetzt auch noch ein paar Runden machen. Boah, ich kann das gar nicht. Okay. Boah, die Mehlverschwendung. Wann ich nicht. Ich rat einfach mal mit, ne? Wie schon? Boah, 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 boah Stimmt gar nicht, ich habe dir das gut vorgeschlagen, deshalb bist du nicht drauf gekommen. Da ich jetzt leider nicht mehr mitmachen konnte, weil ich kann das irgendwie nicht, ich atme das irgendwie immer ein und ich glaube, ihr kennt das auch, wenn ihr euch normal verschluckt. Ich habe jetzt echt fast gebrochen. Deswegen, Siegerin ist auf jeden Fall Jule. Zweiter Satz ist die Janine. Ich bin die Letzte und deswegen haben wir das jetzt entschieden, ich muss ein Löffel Curry-Gewürz-Ketchup essen. Hau rein! Und ich hasse Ketchup übrigens. Und wir dürfen entscheiden, ich bin drauf. Nein, wir dürfen nicht entscheiden wie viel. Jule Sackstoff. Ihr seid aber nicht fies, ey. Ich konnte dafür jetzt nichts, ne? Ja, so. Ey, hallo! Janine! Mach, mach nur, reib das so ein bisschen. Ach, Curry-Ketchup ist doch nicht schlimm, das schmeckt voll gut. Super. Und runter damit und dann... Runder damit! Du kannst auch gleich mit dem runterspülen, musst es nicht. Wirst du wirklich? Jetzt isst sie wahrscheinlich nie wieder Curry-Ketchup. Ist sie scharf? Ne. Tun wir mal auf. Voll dickflüssig. Komm! 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 Ich denke, das ist jetzt auch so, dann ist es. Ja, das bisschen, das zergeht ja im Mund. Aber ich hatte gerade voll den Brocker. Achso. Jetzt ist der Nies! Alter, so viel hattest du aber nicht. Doch! Das ist so eklig. Du musst ja alles mal ausprobieren, oder? Hm, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt läppelst du zu Hause. Ich finde es echt lecker. Verdammt lecker, die ist. Ich habe es voll durchgezogen. Wahnsinn! Hast du das Milchstück gesehen? Das gibt vielleicht. Ich glaube jetzt irgendwo den Haaren. Ja, ähm, genau. Wie wäre es, wenn wir noch die 7-Sekunden-Challenge machen? Nee, komm, wir fragen einfach mal, wie ich das allgemein wissen will, wenn wir einen Kanal machen, wo wir Challenges machen. Achso. Wir hätten da eine Idee. Und zwar würden wir gerne einen eigenen Kanal machen, wo wir dann nur Challenges machen. Genau. Das kommt dann halt nicht so häufig, das Video, aber da kann ich euch da immer Bescheid geben. Und dann würden wir dann da immer Challenges hochladen. Das wäre doch eigentlich ganz witzig. Was sagt ihr dazu? Was sagen Sie dazu? Was ist Ihre Meinung dazu? Super. Ja. Tolle Idee. Deswegen, also wir hätten noch ein paar andere Challenges im Kopf. Oder die können wir uns auch welche vorschlagen. Oder ihr könnt uns auch welche vorschlagen. Genau. Unten in der Infobox wollte ich schon sagen, in den Kommentaren. Und dann hoffe ich, hat das Video euch gefallen und ihr fand es genauso lustig wie wir oder eklig oder... Ja. Oder auch immer. Whatever. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.